Musik 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 Ich glaube an Kokomo Das reicht nicht Das war ja Nur ungeheuer Krieger Oh man 2.000 Das reicht einfach nicht Setzen 2.000 reicht einfach nicht Aber ich krieg doch auch was dazu Ah, ich dödel Ich dödel Ich krieg doch Defense dazu Nein, nehm ich auch noch auf mich zu Zuseinander Ja, Brofels Ungeheuer Krieger Krieg ich da auch von der Zombies und Fels Nein, natürlich nicht Das reicht es natürlich auch wieder nicht Setzen Oh jee Hätte ich nur ein Team Reicht nicht, reicht nicht Na ja genau Da kann ich einen großen setzen Ja, ein Tribu Ja Jetzt muss ich Ruhig aktivieren Erfekt aktivieren Niemals Traum Spiegelkraft Ungeheuer Krieger Ungeheuer Krieger Ungeheuer Krieger Ungeheuer Ungeheuer Besparen Aktivieren 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 Ach man Dieben hat gereicht Nein, hat nicht gereicht Ist das traurig Ist das traurig Ist das traurig Wird es nicht Simon geben? Ja, Simon hat tausender zurück Boah, ist schlecht Nein, nein, nein Perfekt, nein Wir haben verloren Was ziehe ich wohl? Nein Und immer noch ist ein Glück mit solchen Karten So, nächste Karte Na? Was ist es? Bankreis So gar kein Monster zieht Es ist alles gut Wird es? Wird es? Nein, noch nicht Und? Er zieht Monster, oder? Ja Ja Bankreis Zack Da Du darfst nicht Er opfert es Das ist sicherlich verarschen, mein Freund Das hat doch voll knapp Nein, er hat 2000 Angriffs Das reicht dem nicht Setzen Oh mein Gott Ich halte mich Ich halte mich Ich halte mich Mako Tsunami Mako Das ist immer noch lang Nein Es reicht nicht Ich kann die 1700 Tiefe entgeben Der hat zu wenig Verdammt Ich muss eine Wall machen Sonst habe ich ein Problem Mach mir eine Wall Ja 2,7 Gute Wall Ha So Und nun Kommt 3G Bam Alles tot Tschüss Schnell Schnell aus Topf die hier Kommt Ich dauer Ich glaube an das Herz Karte Karte behalten Das bringt mich wenn ich jetzt Lichtwerte einsetze Ich hoffe dass jetzt nichts zieht was mich würdet Oh Mann Ich kann das Monster machen mit Kire Ja Drafos Nein Das ist die Frage Hat aber stärkeres wie 2,7 Ich hoffe es mal nicht Der Opfer Ok Ein Opfer ist meistens nie Nein Ah keine Ahnung Ok das war der wo er nicht angriffen werden kann wenn Uni und Zauberkarte und La und Flug setzen So Zweite Wall Oh Wir können sie fertig spielen bis wir keine Karten mehr hat Wieso nicht Ha Schaden Was He 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 Ich kann das nicht gut einsetzen Das bringt nix He Das Geier zorniger Ritter Oh du bist ein Oh Das Deck ist Shhh Das Storydeck ist doch nicht so toll He 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 Kann aber auch nix machen Er findet erster Und jetzt kommt einer mit Storydelton Brood Zack alles kaputt Überleg aber lange Zu gern an Drawfors Jetzt aber So hör alle Spielzeiter auf dem Spielfeld Füge den live von uns Spielern und jeder seiner Standbeirat Funktion Ja genau Wieso nicht Wieso nicht Sterb ich ja gleich Hm 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 Okay Kann halt auch nix machen Das ist halt echt bitter Das will ich verarschen Ich muss aber Ich sollte langsam was machen Ich opfer den hier Einfach Zack Und Was kommt Nichts Den hier Auf den hier Zwei Zwei Fünf Battle Phase Natürlich Das ist eine Ratte Egal ich kann Es ist wieder 2000 Ich weiß schon Okay Äh Main Phase 2 Zwei Zwei Lichtschwerter Zack Genau Ha Habs gewusst Oh Gott Oh Gott Jetzt werde ich nix Dings wieder ziehen Was weiß Der kann ja angreifen Ohhhh Wie macht der denn Oh verdammt Wie macht der denn Widerstehen Alter Was ist eine Ratte Eine Ratte Marco Tsunami Und ziehen Und es wird einmal nicht besser Setzen Hat der eigentlich ein Monster zum Angreifen? Irgendwie Nichts so das Gefühl Standby Mein Face Angriff Nein Pam Das ist nicht weiter So Oh Der Rundtote Ähhhh Ah ich muss den Gott Die Frage Lohnt sich dich Lohnt sich Lohnt sich Ich geh' einfach mal die Welle Phase ohne ihn zu equipen Ich mach' mal platt Ja am meisten Scheiß, was mach' den platt Ah der kann gar nicht Gumi angezogen Ich hab' auch immer schon Lieber er hat das Zauberer Ich hab' nicht hier angefangen Boah Müsst mich verarschen Zwar das aktiver hat diese Karte auch sagen Umi auf dem Völfer Umi auf dem Völfer Erhältst du von keinem Kampffraum Schau diese Karte wenn Umi das Spiel führt Oh man Ich brauch' auch Ein mystischer Raumtaifun Er hat keinen Schaden Er hat keinen Schaden Er hat keinen Schaden Was er gesagt hat Oh 14 Karten So nicht Und einer kann nicht angegriffen werden Wieso auch nicht Geil Läuft 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 so richtig Setzen Battlefaser Ich kann weiter Zerstören Endphase Juhu Der eine kann nicht angegriffen werden Durch Umi Mann Umi Du Umi 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 Geh mal durch Kartendeck kaputt Durch Kartendeck Hatt ich mich In dem Herz der Karten Ha Kriegs Kampfschaden Endphase Tuella Ja Und Kretischer Wow Kriegt mir nicht viel Tschüss Alles zerstören was Offen Fälschlich Einmal rei Geld geholt Ich räume auf Fast Schwerer Sturm Wär auch gut Schwerer Sturm Hat er es nicht weg gehabt? Coole Frage K K K K K K K Das wäre zum Beispiel so was K 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 Jetzt hat er halt nur 1,5 Angriff, den werde ich jetzt Einhalte bieten. Hier, kriegst du. Battle-Fat. Tschüss. Ja. Und der nächste. Pam. Jetzt freu mich auf. Jetzt bist du dran. Das ist ein Umi. Warte mal. Ja, aber es bringt dir nichts. Das hat die Falle gerade ja nicht. Das ist ein Monster. Ich bin hier sehr gut. So altwegs. Cool. Mit 1,7 Angriff. Das ist halt jetzt so eine Sache. Mit 1,7 Angriff. Battle-Fat. Erster. Pam. Tschüss. Zweiter. Pam. Tschüss. Und Nummer 3. Pam. Tschüss. Ich räume auf. Ich mach dir deine Lebenspunkte noch zu Hölle. Umi. Na klar. Oh nein. Es dauert es wieder ewig. Autsch. Ich muss ganzer Zwitschen jetzt, bis ich das irgendwie verfahren kann. Zugerndern. Grow Face. Verteidigungsposition. Ja. Umi. Pam. Ja, das ist halt jetzt wirklich, Krieger kriegt auch, oder? Ich mach das auch jetzt mit einem Monster-Tipp zu, sondern zu mir fällt es noch. Ich werde den nicht einsetzen. Aber da ist ein starkes Einsatz nicht kaputt. Ha. Dein zweiter Fisch-Typi. Zweck. Ha. Wow. Throw Face. Ja. Infos. Und ziehen. Flügel der Drache. Andres Modus. Ja. Ja. Das ist geil. Und tschüss. Was war das? Ah. Ah, so ist das. So läuft das hier. Battlephase. Und zack, bäms. Zack, kaputt. Geil. Und direkte Angriff. Geil. Ha. Da geht's, Mako Tsunami. Du wirst verlieren, Endphase. Und du bist dran. Zieh deine Korte. Komm, komm, gib's mir. Zeig mir noch, was du kannst. Ich glaub, nichts mehr viel, hä? So, zieh. Wow, okay. Wir, was machen wir? Wir setzen dir in Angriffsposition. Ich hab dich aber nicht da. Gut, dann, Battlephase in, los geht's. Angriff. Angriff, komm, Angriff, komm, Angriff, bäms. Und, angriff direkt, bäms. Und seine letzten Lebenspunkte, die gehen kaputt. Mako Tsunami zerstört, da, und we're on it. Was für ein großartiges Du, ich solltet ihr, mein Freund. Und, dieser Sieg war nicht gleich gewonnen, Marco. Du bist selbst ein großer Duellant. Ah. Ah. Ha. Und, ja. Und die ganzen Sachen, die ich hier wieder kriege. Wuhu. Kartenpreis. Und der Dinosaurier-Duellant ist mein nächster Aufsforderer. Aber das soll ich beim nächsten Part machen. Ja, das war wieder ein langer Part, den ich aber in zwei Parts gesplittet habe, wenn ihr den ja gesehen habt. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen und einen Kommentar, damit es euch gefallen hat. Und wir sehen uns nächsten Part wieder bei Yu-Gi-Oh! Es ist Zeit wieder für ein Duell. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.